In der letzten Episode von Pan sitzt Das war einfach, sie war einfach sehr begeistert von diesem Ausflug und wollte das unbedingt nochmal machen dann So ich glaub So und übrigens mal ganz kurz, ähm, ganz kurz auf Twitter Bitte mal ganz kurz auf Twitter, äh, nach Hashtag Pan sitzt suchen Hashtag Pan sitzt auf Twitter Komm ich mach das mal ganz kurz hier, ich mach das mal ganz kurz groß Wir gucken uns mal ganz kurz zusammen an Okay, pass auf, jetzt machen wir ganz kurz, wir machen ganz kurz Hashtag Pan sitzt Ähm, das sieht dann momentan so aus, ich mach mal ganz kurz hier Jetzt sieht man's, alles klar, jetzt sieht man's So, pass auf, hier Ihr kennt vielleicht das Urlaubsfoto von Pan Wo sie einfach auf der Bank sitzt Und sehr, sehr freudig erregt war So, hier Pan bei genial daneben Das ist ein Original, huch Hier sehen wir eine Pandoria in freier Bildbahn, die sie zum Nachdenken zurückgezogen hat Pan sitzt so deep Es ist einfach so schön Pan sitzt, hab keine Photoshop Skills, aber als Captain Achso, hier ist noch nicht eingetragen Wär aber gut, wenn sie als Captain sitzen würde So hab ich das verstanden So, weil es alle machen, weil es lustig ist, Pan sitzt Da weiß man nicht, wer es wer Au, 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 au Oh Gott, das sieht sie zum Glück nicht Herr Stinky, auch dir, viel, viel Dank So, das Shirt zeigen Okay, mach ich nochmal ganz kurz Juhu Viel Liebe So, okay, pass auf, wir machen mal Okay, und dann hier Pan sitzt So, gut, das ist, äh, Standard So kennt man das glaube ich Das ist oben in ihrem Aufnahmezimmer So, und hier hab ja auch noch ein Pan sitzt Später, ne, Pan sitzt, das ist schon ein paar Jahre her Später kam mir noch die Tarnak vorbei So, und hier Pandoria auf der Outlast Toilette Schön, schön einfach Hier hätte ich mir jetzt noch diesen grünen Effekt gewünscht tatsächlich So, Pan, äh, Pan sitzt Auch da, man weiß nicht Wer ist jetzt eigentlich der Hauptcharakter in dem Ding Weiß man einfach nicht So Du kommst echt rum Pandoria Pan sitzt So, weißt du dann noch Mit dem Arsch hier auf dem Kleid So Ach hier, ja gut, das ist natürlich, äh Photoshop Action Number One So, und hier auch nochmal Pan sitzt So Okay, warte, warte Was ist das denn? Es fehlt noch eine Pan zum Ausschneiden Das stimmt, die bräuchten wir auch noch So, hier, und hier auch nochmal Es ist, es ist einfach Huch, hier seh ich das gar nicht Pan sitzt im neuen DBD-Update Ach so, hier, ach so Ach so, da ist aber ein anderes Sitzen Also auf jeden Fall Hashtag Pan sitzt auf Twitter momentan Der heiße Scheiß Wenn ihr Pan ausschneiden wollt, go Wow Hier Pan of Thrones So, was ist, was ist, was ist hier? Ach, ach da Was? Was? Im Kaffeebecher? Warum? Hier waren glaube ich noch ein paar Warte, hier Pan sitzt Schön Auch hier Sitzt Pan Auch hier Bei Twilight sitzt Pan Sehr professionell Alter Alter Und auch hier Sitzt Pan Wahrscheinlich ein Redler-Rätsel Ich will mehr Ich will mehr Ich will einfach mehr Was haben wir denn hier? Pan sitzt Pandorian frei Wildbahn bevor sie Gronkh traf Ja, das ist so So habe ich es auch kennengelernt Das war damals in Essen Am Innenstadtbrunnen Das sah damals original so aus So Was haben wir noch? Pan sitzt Pan, du hättest Harry helfen können Es ist ein bisschen Erschütternd ist das Erschütternd ist auch, dass ich das mit Twitter grad nicht gerafft habe, dass man da klicken konnte Aber Andurian war noch nicht auf der Enterprise Sitzt hier nicht mit der Counselor? Natürlich Das war natürlich Das war eine Frage der Zeit Das war eine Frage der Zeit Altes Meme trifft neues Meme Das finde ich schön Der Mario In die Schweiz würde ich auch gerne Was ist denn das? In die Schweiz würde ich auch gerne mal Aber das machen wir separat vom Roadtrip Auch schön So Ja schön Ah schön Dark Shyler Auch dir viel viel Dank Dark Shyler Das ist ein Träumchen Okay Pan sitzt Wir sollten lieber Pan schwitzt trennen lassen Finde ich auch ganz gut Quader 4 auch dir viel viel Dank Danke dir Quader 4 Okay das kann ich nicht groß machen ihr bestimmt Schön Schön, schön. Melchior, viel, viel Dank! Wir gehen noch mal ganz kurz Hashtag Pan-Sitz durch. Okay, das... Ja, okay. Hier wäre vielleicht ganz gut gewesen, oder? Weil die so an der Ecke sitzt, irgendwie. Oder das... Entschuldigung. Ist nicht witzig? So. Ja, ja, ja. Auch das geht sehr. Alter... Okay, das ist furchtbar. Es tut mir sehr leid, Mary. Es tut mir sehr leid. Und Sandra Nienchen... Was ist das denn? Ist das einfach ein fucking Erik-Witz? Hup! 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 Hast du überhaupt einen Führerschein? Hup! Du magst einfach einkaufen fahren. Hup! So. Ich glaube, das gefällt der Pan sehr gut, tatsächlich. Auf dem Schokobro. Ich glaube, das ist ganz okay. Und ganz ehrlich, ich glaube, das hier ist sogar ziemlich reell. Ich glaube, das ist ziemlich reell hier. So. Das sind ganz schön viele Pan sitzt. Egal, wo du bist, Pan sitzt schon dort. Das ist absolut wahr. Ah, die Pan noch als Pro-Gamer. Guck mal hier. Krass. Und vor allem, sie hat drei Hände. Sie hat einfach drei Hände hier. Schön. Okay. Oder... Ja gut, das geht... Vor allem... Weißt du mal... Ihr sitzt mit dem Arsch bei Jesus auf der Hand. Fröhlichen Karfreitag, Freunde. Ah, ist ja rum. So. Und hier... Pan sitzt auf Platz 1. Der Trenz. Hä? Was ist das denn? Ähm... Wo... Wo? Jacqueline, wo ist das? Ich weiß es gar nicht. So. Hier bei Fallout Shelter sitzt Pan auch. So. Hier sitzt... Oh, To the Moon. Ist das To the Moon? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sitzt Pan auf dem Mond. Gut. Und hier sitzt Pan im Handherz. Pan sitzt auf Amazon Echo. Pan sitzt... Pan sitzt in Half-Life 3. So. Entschuldigung. Ähm... Das ist ganz furchtbar. So. Eine Moai auf der Osterinsel. Okay. Pan sitzt auf meiner Schulter. Das kommt öfter vor. Everyday Saturday. Pan sitzt neben Apothek. Pan ist die Freiheitsstatue. Pan sitzt bei einem Ein... Das ist kein Ein- Das ist ein Pegasus. Okay. Pan sitzt auf Gebäuden. Alter, der Corwin. Alter, Corwin, das bitte nochmal in Originalgröße. Silent Pan. Alter. Und das Schlimme ist, du sitzt hier wirklich manchmal auf der Treppe. Morgens sieht die genauso aus. Original. Nur ohne Mütze. Original. Und hier, äh... Hund Range kommt ja auch bald. Und hier hinten steh ich. Mit meinen... Agilen Körper. So. So sieht's ja auch ungefähr gerade aus noch. Pan sitzt... Ist das nicht das DreamWorks Logo? Das war das DreamWorks Logo, oder? Pan sitzt auf dem Mond. Und hier sitzt Pan bei den Leuten vom Schrottplatz. Ich hab die nie geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Pan sitzt auf dem Ford. Pan sitzt auf dem Donut. Was hast du getan? Der... Ich hab da gar nichts gemacht. Du wolltest, dass ich das Foto zeige. Ja! So. Pan sitzt im Kaffee. Pan sitzt auf... Pan sitzt auf dem Schlumpfleuchtturm. Und Pan steht auch daneben. Okay. Und, äh... Pan wird in Staffel 8 dabei sein. Das sieht aus, als ob die Leute ankackt. So, Pan sitzt und Gron steht vor Dingen. So. Ähm... Okay, auch hier... Scheiße, wie hieß er nochmal? Ach, fuck. Warte. Pan, sehr beliebt bei Walking Dead. Hier sitzt Pan... Ich weiß gar nicht, was da gerade passiert. Da sitzt Pan schon wieder auf meiner Schulter. Pan sitzt Pans Emotionen. Okay, warte, warte, warte... Pan... Das hier ist schön. Das hier. Das ist in der Schulklasse. Finde ich sehr schön. So, oder hier Schwiegertochter gesucht. Pandoria 33 ist von ihren Gefühlen übermannt worden. Madame Mim. Ich habe eine Frage. Ach so, das war original hier. Ist von ihren Gefühlen übermannt worden. Ist wahrscheinlich original, ne? Der ganze Rest. Du hast von Pandoria hingeschrieben. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn die Fonts her, hier? So, Pan sitzt beim Bachelor. Hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Pan sitzt bei Hello Neighbor. Attack on Pan Tai. Nein. Tai, Tai Pan. Tai Pan. Was? Ja, Hello Neighbor muss ich wieder spielen. Ich weiß. So, Pan spannend. Ich muss hier ein bisschen schneller durch irgendwie, ne? Hab ich das Gefühl. So, Pan Bandi. Ach schön. Ich muss echt ein bisschen, ich muss, ich muss echt ein bisschen schneller durchskippen hier. Pan bei den Wikingern. Pan in der Achterbahn. Pan in der Achterbahn. Sieht ungefähr wirklich so aus dann. Das sieht, glaube ich, dann wirklich so aus. Pan in einer Wildwasserbahn. Alleine. Wohlgemerkt. Alleine in einer Wildwasserbahn. Pan mit allen ihren Freunden in der Wildwasserbahn. Oh. Aua. Nicht schlagen, bitte. Ich stehe, ich stehe immer immer vor. Ja, ich stehe immer vor. Ja, ich stehe vor Sachen. Du sitzt. So. The Pan of Us. Pan sitzt auf einem Sofa. Achterpan ist auch schön. Achterpan gefällt mir sehr gut. Und Wildwasser-Pan. Schön, schön. Okay. Gerade eben dachte ich zuerst an S. Was sind das? Von... Was ist das? Es sieht sehr gut aus. Ich will es wissen. Oh, Pan sind auf Plätze. Oh, ich habe so Hunger. Der Typ sieht auch aus wie Lucius. Alles sieht aus wie Lucius. So, hier. Bei den Peats waren die Pan auch dabei. Das habe ich gesehen. Was? 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 Okay. Ich scroll mal ein bisschen schneller durch. Pan sitzt in Scheiße. Pan auf der Bank. Pan sitzt auch in Overwatch. Da ist sie auch dabei. Ist auch ein spielbarer Charakter. M und Matt und Pan. Until Dawn. So. Huch. Hier sitzt Pan auch. Okay, das zählt eigentlich auch. Das haben wir sehr gern gesehen, glaube ich. Attack on Titan. So, Pan sitzt im Bundestag. Wo haben wir denn diese Jacke her? Oder wo ist denn diese Mütze her? So, huch. Ach, hier sind die Pan auch. In diesem Drogenbild. Wow, much Pan. So meme. Pan in Mass Effect. Pan nach Hause telefonieren, Alter. Entschuldigung. Naruto. Du. Wait a sec. Was? Wat? Bitte wat? Ich frage nicht. So. Pan sitzt bei den Tauben. Was? Pan ganz tief im Meer. So. Pan sitzt bei dem Meer. Pan sitzt auf einem Ast. Pan sitzt bei... Ist das Sailor Moon? Ja, ist das Sailor Moon. Ich erkenne die Katze auch. Pan sitzt auf dem Atompilz. Pan sitzt auf uns. Pan sitzt auf einem Auto. Pan sitzt auf dem Drachen. Allah. Das war ganz für... Vor allem er hier hinten einfach. Er hier hinten. Wo ist denn das her? Pan auf dem Piratenschiff? Wo kommt das denn her? Hä? Pan bleibt alles so wie es ist. So, warte. Oh, meine Augen drehen schon gerade. So. Apopan. Pantanic. So. Pan sitzt auf Git. Pan sitzt bei fremden Frauen auf der Schulter. Pan sitzt auf dem Thüringer Grill beim Community-Treffen. Horizon Zero Pan. Alter, das ist so... Das ist zu blöd. Boah, Alter. Mein Auge tränt. Entschuldigung. Ich muss langsam aufhören. Ähm. Kingdom, Alter. Das sieht so doof aus. Alter, wie sie sich mit dem Pferd da rumschleppt einfach. Adventure Pan. Oh. Die Pan hockt beim Tobi im Flur. Die Pan hockt auf Frau Holle. Pan hinter Gittern. Tobi. Und hier ist schon wieder Tobi im Flur mit Pan? Alter. Pan fliegt durch die Welt. Ach. Hahahaha. Hahahaha. Pan zerschlägt Gläser. Was war's denn? Ähm. Ein was Glas? Es war ein gutes Glas. Es war ein... Es war ein... Die Pan hat gerade ein Weinglas zerstört. Die Pan hat gerade ein Weinglas zerstört. Die ist schon voll besoffen wahrscheinlich. Ist sie ja schon runtergekommen, weißt du? Äh. Kann sich gar nicht mehr orientieren irgendwie. Zerschlägt die ja vor Wut. Zerschlägt die Weingläser. Ja, ich weiß. Sieht scheiße aus. So. Ist ein Weinglas. Ich hab aber keine Ahnung was drin war. Wahrscheinlich Mezzomix. So. Gut. Ähm. So. Die Pan wollte die Weingläser unbedingt. Die Pan hat's gegeben. Die Pan hat's genommen. So. Pan sitzt auf Kibbeling. Das ist ein bisschen ekelhaft. So. Ah. Menschen leben, tanzen Pan. Das ist so doof. Hui. So. Oh. 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 Ich möchte bitte, dass du sagst, dass ich kein Alkohol getrunken hab, sondern Mezzomix auszieht. Ich habe gesagt, dass du Mezzomix getrunken hab. Ich wusste, sie hat Mezzomix. Hab ich grade gesagt. Hab ich grade gesagt. Ich hab ja gesagt, ich glaube nicht, dass sie Wein getrunken hat, sondern Mezzomix. Wahrscheinlich Mezzomix. Weil wir welches da haben. Product Placement. Pan sitzt... Ich hab seinen Namen vergessen. Er kommt... Von den Muppets auf jeden Fall. So. Trainerlegende Pan. Pan war bei Grease. So. Rast Pan sauber halten. So. Okay. Pan sitzt auf Pan. Ich scroll ein bisschen durch. So. Pan sitzt bei Idris auf der Schulter. Pan war's? Nein, nein, nein. Okay. Ich scroll ein bisschen... Das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr schön. So. Und vote for... Pano. So. Okay, den Rest... Den Rest müsst ihr wirklich selber gucken. Das ist so viel. 700... Über 700 Tweets. Da freut sie sich natürlich. Oh, how pretty. Äh, how pretty. Achso, das sagt sie. Hätte ja ruhig mal Cloud stehen können. So. How met your mother. Wie jung die da noch aussehen alle. Achso, ne, wie gephotoshoppt die da noch aussehen. Alles voll die Weichzeichner. Bei ihm ja voll die fetten Weichzeichner. Bei ihm auch. Bei ihm auch. Bei ihr auch. Bei ihr auch. Bei ihr nicht so. Oh. Ich, äh, muss weg. So, oder? Ist auch schön. Ach, schön. Pan sitzt. So. Ich mach mal ganz kurz... Jetzt mach ich aber hier wirklich mal sonst, äh... ! ... Untertitelung des ZDF, 2020